Frohe Weihnachten, Frohe Weihnachten, was gibt's oder wo ist? Gibt's doch bestimmt auch was feines Feines. Nein, eigentlich nicht. Doch, ein bisschen dicker. Jetzt, jetzt entspannt hier. Was kriegen wir denn hier Feines raus? Das soll was Besonderes sein. Und zwar... Roter Meerfruchtsaft. Jetzt kommt der große Moment hier. Ach, so cool. Uh, Mozart-Kohlebesslung. Geil. Jetzt wird's spannend. In der 24 kann ich noch was Feines drin sein. Und zwar, was haben wir hier? Uh, geil. Oh, da, da. Ah. Das ist geil. Ja, einen Moment. Ja, das ist geil. Flaschenlapple und Taschenlapple. Und keine Batterien drin. So ein Mist. Alles weg. So, jetzt kommt das große Bild hier. Letzte Punkt. Vielen Dank.